Verdammt! Weit kann's nicht mehr sein. Gott sei Dank regnet es nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Haben Sie ein Zimmer für uns? Klar, ist ja schließlich ein Hotel. Dieses Fossil hier ist der Knochen eines Dinosauriers. Der Erfinder dieses Knochens. Kurt Weiler. Falsch! Er ist ein Betrüger. Er hat den Knochen gestohlen. Und es gibt noch ein ganzes Tal. Ich höre gefälligst auf, solche Lügen zu verbreiten. Du bist Marty, richtig? Das Tal gibt es wirklich. Und wir werden es zusammen mit ihm finden. Jemand hat das Foto gestohlen. Was? Was bedeutet das eigentlich? Dass alles gut wird. Um mit der Karte etwas anzufangen, muss der Typ zu den Zwillingsbrüdern. Hier. Wollt ihr die Tour machen? Dann müsst ihr euch hier eintragen. Die letzte für dieses Jahr. Ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Hey! Keiner von ihnen muss der Täter sein. In ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Pass auf! Auf keinen Fall mit Gewalt aufbrechen! Musst du dich? Das Herz lügt nicht. Es hat seine eigene Sprache. Team ist unsere einzige Chance. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Ab 15. März im Kino.